Warum gibt es eigentlich den Weihnachtskalender? 1839 hat der Hamburger Johann Hinrich Wichern den ersten Weihnachtskalender entworfen. Er baute für die Kinder eines Waisenhauses aus einem Wagenrad einen Weihnachtskalender, indem er so viele Kerzen an dem Rad befestigte, wie Tage vom ersten Advent bis Heiligabend waren. Damit wussten die Kinder immer, wie viele Tage es noch bis Heiligabend sind.